Wobei schon jetzt ein bisschen, ähm, mir fehlen die richtigen Worte, aber ein bisschen scheinheilig klingt. So, bist du Sonne oder bist du Wolke? Du bist Wolke. Sonne ist da hinten, so. Voll die Verase. Sieht das Ding aus wie eine Sonne. So, ich wollte da unten nochmal die Sachen hier eincashen, nicht drauf springen. So. Inventar, ja, passt. Das Ganze wäre natürlich mit so einer automatischen Anwendung gewesen. Da müsste man nur hinterher ein bisschen ausbessern und das war's. Aber gut, die Karotten des anderen Böms sind jetzt schon wieder fertig. Die werden wir jetzt aber nicht ernten. Weil ich da keine Lust zu habe. Na, ist sehr schön. Da wächst es wieder. Wieder ein paar Sahne mehr. Kann nun schaden. 44 Weizen ist auch ganz nett. Da fällt mir gerade auf, habe ich das nicht sogar ungefähr so gebastelt, wie die das im Dorf basteln? Mit so zwei an der Seite und so. Sehr merkwürdig. Woher ich das wohl hier abgeschaut habe? Ach ja, ich finde das da hinten immer noch ziemlich gut. Wobei eine Sache mich stört. Das hinten dran, das müsste auch noch Stein sein. Haben wir einen Eimer hier unten, zufälligerweise. Ja. Dann machen wir das doch gerade noch, dass es nicht aus Erde rauskommt, sondern aus Stein. Das wäre doch mal eine schöne Sache. Und jetzt... Weil es fast noch eins tiefer sein könnte. Ne, wobei, so geht's. Wenn man nicht direkt davor steht, so sieht's aus, als ob da hinten dran irgendwie noch dieser Steintunnel weitergeht. Ja, besser. Wesentlich besser. Wenn ich jetzt nur unten dran sitze... Ach, egal. Wir lassen es jetzt so. Wir können ja auch irgendwann wirklich so einen kleinen Geheingang da reinmachen und machen dann nach oben noch einen Brunnen, wo das dann praktisch drinnen endet. Machen dann auch in dem Brunnen halt das Wasser tief genug. Zwischen drinnen vielleicht dann noch irgendwie, ähm, Buchten, wo man Luft holen kann, natürlich. Dann haben wir da auch so einen kleinen Geheimflucht-Eindringstunnel. Äh, äh, Prinzessin geht, äh, Prinzen das Nachbar-Dingens heimlich besuchen oder so. Gut, das dann noch alles abtragen. Ja, ja, ja. Ich würde jetzt am liebsten sagen, ihr habt es euch ja so ausgesucht, aber nein, ich habe das so für euch ausgesucht. Gut, da ist das Hühnchen, was nicht da drin existieren wollte. Das, äh, tut mir das leid. So, wie viele Eier haben wir wieder? Zehn Eier? Kommt da noch eins? Nein. Die schmeißen wir doch gleich mal auch wieder in den Eier-Mator. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Phineas und Fuck kennt eine sehr, sehr lustige Produktion im Fernsehen. Und da gibt es dann immer den Eier-Mator vom bösen Doven-Schmerz. Ich dachte ja immer, dass er, also dachte früher immer, dass es Dosen-Schmerz heißt, aber es heißt wirklich, äh, in dem Film Doven-Schmerz. Ah, da sind doch ein paar kleine Kükis rausgekommen. Schnell zumachen. Bin ich mal gespannt, ob die sich da drin halten. Äh, ich glaube, da ist genau ein kleines Küken rausgekommen. Naja, ein kleines Küken ist besser wie gar keins. So. Und so werden es jetzt immer und immer mehr. Ist halt auch die Frage, ob man da noch zweite Ebene macht. Oder ob ich es vielleicht doch wieder ganz anders mache. Unterirdisch vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob Phineas zum Eierlegen, ähm, uberirdisch sein müssen. Und den Eimer, wo wir gerade bei Ei sind, den Eimer, den Eimer bringen wir mal hier hin. Und legen ihn hier rein. Und kommt noch ein Ei geswammt. Kein Ei. Ich wollte eher ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich lege ein Ei und sonntags auch mal zwei. Ich glaube, ich habe das Huhn eben nur abgeworfen mit dem Ei. Mehr war es nicht. Jeden Tag eine gute Tat, ein Huhn mit einem Ei abzuwerfen. Ähm, da käme ich mir als Huhn auch leicht, ähm, an der Nase herumgeführt vor. Äh, Sonne, Sonne. Geht noch. Hier haben wir ja noch ein bisschen. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich das eben gerade nicht zu Ende gemacht habe. Ich glaube, es ist mir... Wo ist mein Bett? Das habe ich da oben aufgestellt und nicht wieder eingesammelt, oder? Gut, ähm, wie haben wir das mit der Treppe gemacht? Äh, schauen wir uns erstmal die Treppenconstruction an. Construction. Wir haben da Half-Steps auf jeden Fall genommen. Haben das noch... Ne, wir haben richtige Treppenstufen genommen. Und haben das bis dahin gebaut, praktisch. Dann nehmen wir mal Stufen hier raus. Wir haben doch noch Stufen. 13 an der Zahl. Das ist ja schon mal was. Ähm, auch diese hier werden wir jetzt brauchen. Und dann schauen wir mal. 13 Stiefchen. Das ist schon mal gut. Ähm, wir lassen die Treppe auf jeden Fall von hier hoch gehen. Oder vielleicht sogar von beiden Seiten. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann gleich mal sehen. Äh, nein. Da sind wir zu weit. Hier kommt man entlang und hier geht man rum. Also kommt hier die nächste Mauer. Oder The Wall. Genau. Dann muss da nämlich auch der Aufstieg sein. Ähm, Ausgang wird wieder unter der Treppe sein. Prageltisch. Ich glaube, ich hatte es eins nach außen versetzt. Ich denke dann so. Hier wird dann der Ausgang sein. Das Ganze wird ja auch massiv nach hier vorne gebaut. Und fängt da oben an mit der Stufe. Die nächste Stufe müsste dann hier und dann da sein. Rudel. Dann nehmen wir die Stufen zur Hand. Äh, lassen die Axe draußen. Und müssen hier mindestens mal diese beiden, genau genommen noch dieses hier, weghauzen. Dann kommen wir direkt passend zum Sonnenuntergang an und zum Regen an unser Bett. Gut, dass wir auch im Regen schlafen können. Wir können nachts schlafen, nicht tagsüber. Aber wir können mitten im Regen schlafen. So, schön, wenn es jetzt wieder aufhören wird. Danke schön. Wie geht es jetzt weiter? Das hier ist schon eine richtige Burgmauer da vorne. Das möchte ich mal hier ein bisschen erweitern. Da ist keine Burgmauer mehr, nein. Da werden wir aber mal schauen, ob wir wirklich in die Richtung auch noch so eine Treppe runter machen. Ich denke, das können wir tun. Ich weiß nicht, ob jemand von euch gerne das wundervolle Spiel Stronghold gespielt hat. Da fand ich es auch immer faszinierend, Burgen zu bauen und zu planen und zu machen und zu tun. So, mal überlegen. Dann haben wir hier sogar einen schmalen Grat frei, um nach da hinten noch richtig schön in Ruhe arbeiten zu können. Das wird ja richtig super. Gut, wo wir gerade bei super sind. Dieses wird weggehackt. Und dieses wird da draufgepackt. Und du wirst mitgenommen. Wie haben wir es hier vorne gemacht mit der Verbreiterung vom Gang, dass wir da praktisch dieses Geländer umgesetzt haben? Wir haben es einfach ein zweiter seitlich anfangen lassen. Das können wir ja dann in dem Fall nicht machen. Wir gehen eins nach außen. Wir gehen eins nach außen. Praktisch direkt daneben dran, wo ich jetzt die Falke gesetzt habe. Und gehen von da aus dann nach drüben runter und herauf. So, 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 so. Genau. Bis dahin. Halte mal. Wenn wir hier die Treppe hochkommen lassen, dann müssen wir diesen Knopf, müssen wir noch eins zurücksetzen. Weil, wenn von da die Treppe, oder wir lassen das nur so. Komm, was soll der Geiz? Wir werden hier irgendwo noch ein Tor reinmachen, wobei ein Tor direkt vor einem Berg ist auch gepügelt. Dann muss praktisch dieser ganze Berg hier auch nochmal abgetragen werden. Oder wir machen das Tor hier drüben auf die Seite irgendwie noch. Wobei wir da auch eine kleine Schlucht dann haben. Dann machen wir es lieber hier raus. Und machen dann hier irgendwie noch was Schönes hin. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. So, weil normalerweise würde es dann hier so entlang gehen. Und Zäune haben wir jetzt nicht viele dabei. Wobei das noch untertrieben ist. Und dann geht das hier hinten mit dem Zaun entlang nach hier vorne dann. Und dann da rüber. Und dann haben wir das eigentlich. Ja. Ja. Ja, warum eigentlich nicht? Der Turnierplatz. Auch da muss ich mir noch ein paar Dinge überlegen. Da will ich auf jeden Fall hier so Reiterei-Dinger machen. Da nehmen wir dann auch das Kies. Und machen praktisch dann, wo die Pferde entlang reiten. Außenrum machen wir schön, lassen wir schön grasig. Und dann machen wir in der Mitte so Turnier-Trennen-Stangen-Dingens-Bummens. Das wird bestimmt lustig. Die würde ich dann auch am liebsten mit, glaube ich, Gartentörchen machen. Ich glaube, Gartentörchen würden sich als Turnier-Mittelstangen wesentlich besser eignen als normaler Zahn. Oder vielleicht sogar hier Metall-Dinger. Aber nee, Metall-Dinger sind blöd aus. Die sehen blöd aus. Die möchte ich nicht. Gut. Neun Stück wieder zurück. Die 64 zurück. Äh, die Stüflein. Gut. Das da vorne haben wir jetzt erst mal angefangen. Mal wieder was angefangen. Ich würde allerdings auch sagen, ich weiß noch nicht genau, wie lange ich jetzt aufnehme. Aber ich werde jetzt mal wieder einen kleinen Cut machen. Das sieht ja schon lustig aus, diese Tintenfische. Muss man auch irgendwann mal jagen, um davon bösartigst Tinte zu machen. Ich habe ja nichts gegen Tinte-Fische. Ich will ja nur ihre Tinte. Und sechs Eier schon wieder. Och, das nervt mich hier irgendwie, dass man da gegen den Strom anschwimmen muss. Oder außen rum gehen muss. Die, die, ja, Hühnerfarm werden wir irgendwie anders da machen. Also, das war für den ersten Versuch, wo ich das für mich selber mal geplant habe, war das jetzt ganz nett. Aber ich denke nicht, dass das, ähm, so gut ist. Ich habe das mit der Strömung da zwar gemacht, aber Strömung ist vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht hätte ich das gar nicht mit Strömung machen sollen. Dafür halt den Rand ein bisschen höher. Dann können sie auch nicht rausfliegen. Und so weiter und so weiter. Da oben ist noch die Sonne. Habe ich den ersten, nee, habe ich auch hier direkt auf die Mauer laufen lassen. Na gut. Ein bisschen Zaun, das würde ich vielleicht noch irgendwo verschütteln. 18 Zaun, das ist auch mal ein Anfang. Wird ja fast auch, ähm, die Treppe hoch noch breiter machen. Aber stände dann nicht in, äh, Relation hier oben zu der Breite des Wehrgangs. Den ich natürlich auch noch breiter machen könnte, aber eigentlich auch das nicht möchte. Genau, dann geht's hier herum. So. So wird ein Schuh draus. Wie habe ich denn das da vorne befackelt? Ich denke ungefähr so. Das geht schon. Ja. Hm. Weißeschnit. Ich bin mir nicht 100% sicher. Gut, das war mal weg. Oh. Oh. So. Ich hoffe, man hat mein Gen jetzt nicht zu sehr gehört. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine Aufnahmepause machen. Und demnächst geht's weiter. Was haben wir dieses Mal geschafft, um die Sache mal zu erzählen? Wir haben hier endlich alles zu Ende weggekloppt. Wir werden natürlich jetzt noch hier vorne das, äh, drei hier rein, wobei wir es hier oben, glaube ich, haben wir es hier oben auch drei breit gemacht. Ja, Hammer, aber wir haben hier, aber wir haben hier noch die Frage, ob wir das dann noch machen, dass wir da hinten dann wieder anfangen, oder ob wir die Seite praktisch hier freilassen auch. Und, ähm, dann, ähm, dann, ähm, dann, ähm, dann, was haben wir noch gemacht, ähm, dann, was haben wir noch gemacht? Das ist, weil wir da ja dann auch im Endeffekt dann endlich mal weitergekommen sind. Und zumindest die Ecke jetzt auch schon größtenteils, ähm, vorbereitet oder auch schon oben den, den Wehrgang, die Ecke fertig haben. Hier haben wir jetzt gerade noch geschafft, ein Loch reinzumachen, was ja auch nicht das Schlechteste ist, ja, da hat man immer Luft, da kann man rein und raus, wenn man das möchte. Da fällt dann auch wieder auf, dass praktisch von der Ebene her das nicht stimmig ist, dass es eigentlich eins tiefer gehört, weil wir wollen ja alles auf dieser Ebene hier haben. Deswegen wird das alles noch eins tiefer gesetzt werden müssen. Ich meine, im Endeffekt hier vorne das Mörderloch und alles ist sowieso, ja, hinfällig, ja. Wenn wir hier dann gut ausgerüstet sind mit Fackeln und nicht hier solchen Dingern, sondern vielleicht halt Kürbisse drauf oder gar Lightstone, äh, Blöcke oder, oder, oder. Aber dafür müssten wir halt auch in den Neter und, äh, Neter habe ich ein bisschen Angst noch davor. Vor allen Dingen jetzt wieder mit 27 Erfahrungspunkten. Aber auch das können wir auf jeden Fall im nächsten Mal in Angriff nehmen. Obsidian Hammerfeuerzeug auch. Die Sonne geht unter. In den letzten Minuten dieser Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hatten keine Begegnung mit bösartigen Monstern, außer diesen Hühnern da unten. Die einfach nicht wachsen wollen und keine Eier legen wollen. Ähm, ja. Nun gehen wir schlafen. In unserem Häuschen muss immer mehr durchziehen. Hier vorne ein Luftloch, da hinten ein Luftloch. Überall ein Luftloch. Durch den Amboss kann aber auch keine Kreatur reinkommen. Also schlaft gut. Bis dann. Tschüss, euer Eid.